Hallo, herzlich willkommen auf unserem neuen Kanal Angel Readings und du bist jetzt mittendrin in meinem Tagesquickie für den 29. Das ist der Mittwoch und genau, ich werde dir jetzt die Tagesenergie erläutern. Ich habe die Karten gemischt, die Karten sind gefallen, liegen so wie sie da sind. Prinzip ist nach dem Legen, die Unterseite des Decks ist die Hauptenergie für deinen Mittwoch. Und die drei Karten sind bei Mischen aus dem Deck gesprungen. So, und dann habe ich sie halt auch so hingelegt, intuitiv. Was liegt denn jetzt da? Als Hauptenergie liegen hier erst einmal die Störche. Das ist eine neutrale Karte, ich finde sie aber doch ganz schön. Da geht es darum, dass etwas in Bewegung kommt, etwas verändert sich. Das ist die Karte, dass irgendetwas in Bewegung gerät oder sich etwas in deinem Leben oder in deinem Umfeld verändert an diesem Mittwoch. Die drei Karten, die hier dazu gefallen sind, die Blumen, der Sarg und die Vögel. Sieh, die zwei Karten sind jetzt nicht so besonders prickelnd. Aber wenn ich mir die ganze Legung anschaue, intuitiv kann ich sagen, etwas verändert sich, etwas kommt in Bewegung an diesem Tag. Das wird für dich schön sein, es wird eine Aufmerksamkeit sein, ein Geschenk sein für dich. Irgendetwas Tolles, was dich vermutlich dazu bringen wird, sei es beruflich, in der Beziehung, freundschaftlich, etwas zu beenden, was dir immer etwas Stress und Nervosität bereitet hat. Die beiden Karten, der Sarg heißt, etwas wird beendet oder sollte beendet werden. Die Vögel stehen für Stress und Nervosität, Unruhe. Aber wenn ich mir das jetzt im Ganzen ansehe und auf meinen Impuls vertraue, etwas kommt in Bewegung. Du wirst eine Aufmerksamkeit bekommen, ein Geschenk, etwas Zuwendung, sei es zwischenmenschlich oder materiell. Es wird etwas Schönes sein, das dich wahrscheinlich dazu bewegt, etwas aufzugeben, was dir in der Vergangenheit nicht besonders viel Freude gebracht hat. Das kann jetzt in der Beziehung sein oder auch zwischenmenschlich, was auch immer. Ich hoffe, ich bin einigermaßen richtig gelegen. Ich kann nicht alle Deutschen treffen mit dem Tagesquick, aber ich hoffe, du kannst damit in Resonanz gehen und würde mich über ein Feedback freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.